Willkommen Leute zum Anfang unserer Reise nach O'Leary Mountain. Keine Ahnung, wie man dieses Wort richtig ausspricht. So, wir sollen Busas Bike holen. Das ist eine gute Idee, das vorbeizubringen, was ein Typ jetzt nicht mehr fahren kann. So, aber egal, ist ja nicht mein Bier. Wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Ich bin mal gespannt, ob wir das in einer Folge hinkriegen. So, ja, sollte nicht zu schwer sein. Unterwegs können wir dann ein bisschen was einsammeln. Vielleicht passiert auch irgendwas Großes unterwegs. Einfach mal schauen. Mörder und Diebe, alle miteinander. Und wie viele habt ihr heute schon umgebracht? Hey, habt ihr sie gefunden? Hey, Dick. Ja, ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ja, das stimmt wohl. Ja, bis bald, Ricky. Ah, okay, das sind vier Stück. So, komm. Ich guck, dass ich drei Stück in einem umlege. Ist jemand. Wow, gleich geschossen. Das Ding ist echt stark. Jetzt habe ich dich. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Getroffen. Hey, gut. Ja, geht schon gut los. Geht echt gut los. Ach. Bollary Mountain. Bollary? Kein 8. Das ist so ein blödes Wort. Ja, diesmal scheint er hinten nicht zu sein. Okay. Das kann ich brauchen. Hey, habt ihr sie gefunden? Hey, Dick. Ja, ihr geht's gut. Ein bisschen traumatisiert, aber nicht mehr als jeder andere. Ich schätze, wir alle wissen, wie es ist, jemanden zu verlieren. Ja. Das stimmt wohl. Vier Stück sehe ich da. Ja. Bis bald, Ricky. Okay. Okay. So. Schauen wir doch mal. Diesen Weg da also lang. Ich verstehe nicht, warum da keine Laufmarkierung kommt, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Warum nur eine Wegbeschreibung kommt, wenn ich auf dem Motorrad unterwegs bin. Oha. Ich hab grad was gehört. Ich hab grad was gehört. Was ist das? Verdammt. Na, wie ist das? Das zwickt doch. Das ist die neue Fähigkeit, die ich in der letzten Folge gelernt habe. dass ich Gegner im Nahkampf finishen kann. Das ist ganz praktisch. Ich habe noch Molotows. Ich bin ausgerüstet. Und auf dem richtigen Weg bin ich auch. Oh, so ein großer. Oh, so ein großer. Oh, so ein großer. Na los! Komm Ausdauer! Na los! Komm! Ich bin doch nicht vorbei! Komm! Ich bin doch nicht vorbei! Schrei mich nicht so an! Ich bin doch nicht vorbei! Komm! Was hält denn dieses Mistding noch aus? Komm schon. Ich weiß, dass die Waffe nicht so stark ist, aber scheiße normal. Du musst auch ein bisschen was anrichten. Wo kommt denn der jetzt her? Ich glaube, jetzt können wir wieder. Ich weiß, dass die Waffe nicht so stark ist. Jetzt kommen meine Dark Souls-Skills endlich mal zu tragen. Ich weiß, dass die Waffe nicht so stark sind. Ja! 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 Deacon St. John! Hörst du mich? Ja Mike, ich höre. Rick hat mir alles erzählt. Dass du Gabi gerettet hast. Ich wollte mich nur bedanken. Ich kenne das Mädchen, seit sie ein Baby war. Na klar Mike. Ich wünschte nur, ich hätte Abigail auch retten können. Du hast dein Bestes getan. Ich bin dankbar. Bis bald Dick. Gut, dass du auf unserer Seite bist. Mike Ende. Das ist ja fast so, als ob er mich leiden kann. Das gibt Punkte. Aber wirklich eh. Guck mal, wie viel Fleisch ich da rauskriege. Gott, das ist ein Festmahl. Endlich, verdammt. So, und die Trophäe habe ich auch. Juhu! Haha! Aber ich hätte nicht gedacht, dass der so viel aushält, nachdem ich im Konzentrationsmodus auch schon ein paar Kugeln in ihn reingeballert habe. Ach, Grappler. Die bringen ihre eigenen Leute um. Tja. Zauber. Tschüss. Ah! Zauber! Zauber! Zauber. You. Guck. So, naja, das bringt mir immerhin ein paar Punkte. Mal sehen, ja, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Neues Kantholz. Alles klar. Ja, endlich noch mal ein bisschen Schrott. Ich habe schon lange nicht mehr so geplündert wie hier. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach zu Mountain fahren können und mein Bike dann holen lassen. Oh ha. Oh. 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 Ja! Und eine weitere Horde erledigt. Wow. Das sieht aber echt schon beeindruckend aus, wenn da so eine ganze Dutzendschaft von den Dingern verreckt. Aber wenn ich überlege, das sind ja nur die kleinen Horden. Ich habe ja eine riesengroße noch vor mir. Oh, ja. Okay. Das ist 100% mitzuerleben, also... Das ist schon ein Erlebnis. Alter. Da wird echt nichts geschenkt. Irgendwo da oben war doch... Das ist Fragezeichen. Oh, was zum Teufel. Sollte ich mir mal anschauen. Ja, da ging es kleinbar heiß her. Na ja, danke. Ah, sehr gut. Da kann ich mal wieder ein bisschen was herstellen. So, ein paar Models kann man immer gebrauchen. Dann geht mir aus dem... wie aus dem Weg wird mir ja leid für euch da muss ich aber leider hoch für einen reicht es noch ich werde garantiert einiges an Ohren haben die ich verkaufen kann ich habe gerade gedacht vom Knochen her das wäre wieder was anderes so wehe wenn unser Camp da oben von irgendjemandem übernommen wurde dann bin ich sauer was so einfach das können wir mal vergessen erstmal nach oben ein bisschen Muni sammeln von der Zeit her reicht es auch noch um mich auf den Weg zurück zu machen naja ok ich komme nicht mehr an die Muni ran so 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 ausschlag ich hab das nur wegen der ersatzteile gemacht ich meine du alter sagt brauchst ja danke bruder das vermisse ich echt durch die gegen kurs ja Dick, Eddie wollte nur, dass du weißt, dass sie Männer angeheuert hat, um dein Bike zu holen. Das Ding steht drüben in der Werkstatt. Ernsthaft? Warte, äh, was? Gern geschehen. Ricky, enden. Ernsthaft? Das Bike stand da die ganze Zeit. Was soll denn die Scheiße? 24 Wolfsfleisch, wow. Ja, mal sehen. Ich glaube nicht, dass es für die erforderliche Menge reicht, aber ich denke, ich komme nah ran. Ich hätte einfach hinfahren können und die Sache holen können. Oder wie? Hey, wie geht's dir? Das hinterlässt jetzt einen Faden bei Geschmack, ganz ehrlich. Ja, bis bald mal. Hey. Hallo. Oh, 77. Plus eins von dem Brecher. Ja, so 600 fehlt noch etwa. Sehr gut. Ach, mein Bike. So. Ein weiteres Feld, Forschungsthemen. Und nochmal eine Kopfgeldjagd. Tja, Leute, ich würde sagen, die Kopfgeldjagd, wir machen uns jetzt auf den Weg dorthin und in der nächsten Folge gehen wir dann auf die Jagd. Und dann vielleicht nochmal auf die Jagd nach einem Niro-Forschungsteam. Schauen wir einfach mal. Also Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut, bis dann. Und ciao. Ein weiteres Feld. Amen.